Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Wie spät es ist? Das ist eine Lüge! Ja, warum das? Wen wollen Sie decken? Ich decke heute überhaupt keinen jungen Mann. Das sieht aber sehr verrichtig aus. Entschuldigen Sie, aber das ist meine. Sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Wo waren Sie gestern um dieselbe Zeit? Gestern war ich dieselbe Zeit wie gestern. Im Buch. Was ist denn? Sehr verdächtig. Wo waren Sie gestern um diese Zeit? Das ist eine Lüge. Was ist denn? Ja, ich meine nicht. Das ist eine Lüge. Ich kann es auch beweisen. Sagen Sie hierzu? Überführt, ne? Warum lügen Sie mich dann an? So, würden Sie dann bitte einmal den Tatort hier verlassen? Der wird jetzt abgesperrt. Das ist Ihr Schluss jetzt mit lustig. Sehr verdächtig. Warum leugnen Sie das? Wen wollen Sie schützen? Verlassen Sie mal den Tatort. Ja, es leidig, wenn wir fassen. So, würden Sie bitte den Tatort räumen? Können Sie bitte einmal Platz machen? Ich bin jetzt hier an der Reihe, okay? Ich mach das schon. Alles okay? Können Sie das einmal hier in die Hand nehmen? Sehr gut. Und jetzt warten Sie auf die Polizei, die macht dann den Rest, okay? Hier gibt's nichts zu sehen. Weiter, weiter. Würden Sie bitte den Tatort verlassen? So, wo waren Sie gestern um diese Zeit? Verdächtig. Ja, unbedingt. Sie können so eins auch haben. Sie müssen dafür nur diesen Abendort betreten und dieses Geld auf den Gräsen mit uns. Oder bestellen. Sie können das auf zwei Arten machen. Die gute und die unangenehme. Bis zum nächsten Mal. Die gute und die gute und die gute Undeinung. Vielen Dank.